Musik Für alle Gitarristen, die Lust haben, solche Solo-Stellen oder ganze Songs von meiner Platte auszuchecken und nachzuspielen, habe ich etwas ganz Besonderes. Zu An Artist Way gibt es ein Limited Edition Supporter Package, welches ihr bei mir ordern könnt. Und ihr bekommt dann Tabs, Noten und Songsheets, um experimentieren zu können und auszuchecken, was diese Platte beinhaltet. Würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, würde mich freuen, wenn ihr Interesse habt. Macht sicher viel Spaß und ich unterstütze euch auch gerne dabei, bestimmte Stellen auszuchecken und Songs zu lernen. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020